Wellness Mosel Romantik Hotel Kessler-Meyer, Cochem an der Mosel Das familiengeführte Hotel der gehobenen Kategorie nahe der Mosel befindet sich zwei Kilometer von der mittelalterlichen Reichsburg Cochem entfernt. Die individuell eingerichteten Zimmer mit Holzborden bieten kostenloses WLAN, eine Minibar und Satellitenfernsehen. Das warme Frühstück und die Parkplätze sind im Preis inbegriffen. Es gibt vier Restaurants und eine möblierte Terrasse sowie ein Spa mit Innenpool, Whirlpool, finnischer Sauna, Hamann, Massagen und Trainingsraum. Es gibt einen Kaminraum und viele Möglichkeiten sich außerhalb vom Zimmer aufzuhalten. Lassen Sie es sich gut gehen im Wellnessbereich direkt neben dem Schwimmbecken mit kostenlosen Getränken. Das vier Sterne Hotel verteilt sich auf vier, über einen gemeinsamen Garten miteinander verbundene Gebäude, die sich gut in die moseländische Umgebung einfügen. Innen wurde mediterranes Flay mit regionalem Stil kombiniert. So auch in der Wellnessvilla. Besuchen Sie das Wellness Moselle Romantik Hotel Kessler-Meyer und lassen Sie sich ein paar Tage verwöhnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017